Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Heute gibts mal wieder so richtig auf Fressbrett. Wir haben uns City of Darkness rausgesucht, im Original, zumindest im Englischen, Twilight of the Warriors Vault-In, bekommt jetzt nämlich auch einen deutschen Kino-Start. Nämlich am 28.11. dieses Jahres kann man sich diesen Film in ausgewählten Kinos auch anschauen, aber natürlich bei so einer Schlachteplatte kann ich mich alleine drüber reden. Da brauche ich natürlich meinen Partner vom Fantasy-Filmfest, ich brauche dafür einfach Till. Hi Till, wie geht's dir? Moin, ja, müde, sagte ich ja gerade schon, aber ansonsten, gut, aber das ist selbst verschuldet, denn ich spiele immer noch Baldur's Gate 3 und das immer noch, das ist einfach total bescheuert, weil Leute, die nicht Movie-Cannibals hören, können mit dem immer noch gar nichts anfangen, aber ich zocke einfach zu viel Baldur's Gate 3, ja. Leute, die nicht die Movie-Cannibals hören, die laufen noch eh am Leben vorbei, also da sind wir uns doch einig. Komplett, die stellen auch Nutella in den Kühlschrank, also das sind ganz schräge Menschen. Mit solchen Leuten wollen wir uns doch gar nicht mehr fassen, nämlich der Cars ist nur für Leute, die auch Movie-Cannibals hören, merkt euch das. Aber um was geht's denn in dem Film, Till? Also, es geht um die Stadt Kuvlon, das ist eine Stadt, die es tatsächlich mal gab und zwar mit der größten Menschendichte oder einer der größten Menschendichten, das war eine, ja, was war das? Das war einfach nur ein riesengroßer, zusammengeschusterter Haufen Wohnungen und Häuser, hochmalbreit und wurde aber dann irgendwann in den 90ern abgerissen. Also, es gibt diese Stadt vielleicht nicht ganz so, wie wir sie heute im Film kennenlernen und besprechen, aber es gab sie. Und zwar geht es um Chan Lok Kuhn, so heißt der Hauptdarsteller, also nicht der Hauptdarsteller, der im Film die Person und der, ja, verdient sich sein Geld durch Kämpfe. Ganz am Anfang, ganz, ganz flott. Wird dann aber abgezockt, will sich das Geld zurückholen. Und natürlich ist das ein super fieser Mafia-Oberboss, der ihn nicht bezahlen möchte. Daraufhin denkt er, ey, es ist eine geile Idee, dem jetzt einfach Drogen zu klauen. Und dann geht die Action los und hört quasi auch nicht mehr auf. Weil natürlich wollen die, denen die Drogen geklaut wurden, diese Drogen wieder haben. Und das löst man mit Prügeln auf jede Art und Weise. Punkt. Das ist im Endeffekt der Plot. Das ist genauso, wie wir es auch im Schulhof früher gelernt haben. Klaust du mir meine Drogenbeutel, kriegst du auf die Fresse. Ja, Klassiker. Das ist der Klassiker halt. Ja, Klassiker. Und wir haben da natürlich auch ein paar große Stars vom Hongkong-Kino. Also ganz vorne dran natürlich Sammo Hung. Wie sind so deine Berührungspunkte mit dem dicken, lustigen Martial-Arts-Kämpfer? Ähm, es geht. Also ich, mein Problem ist, dass ich früher so, ja, als Kind und junger Teenie, ich habe unfassbar viel Fernsehen geguckt. Und, ähm, deswegen bin ich auch so gebildet. Und, ähm, ich weiß nicht, welche ganzen Hongkong-Filme ich geguckt habe. Ähm, das ist eine ganz große Lücke bei mir, auch, ähm, wie jeder nutze ich Letterboxd, ähm, um das vernünftig zu katalogisieren. Keine, keine Ahnung. Ich kann es dir einfach nicht, äh, nicht sagen. So, außer natürlich Ip Man 2, ne? So, da, da habe ich ihn gesehen. Aber beim Rest weiß ich es nicht. Ich kann mich ein bisschen erinnern, ich kenne ihn aus vielen Jackie Chan-Filmen halt, ne? Da habe ich ihn oft gesehen und es gab so eine Sache, da waren die zu dritt. Sinners und Sinners heißt das auf Englisch. Ich weiß aber nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß. Da hat es einen bestimmten richtig bescheuerten Namen gehabt. Das sind aber auch nur richtig bekloppte Filme. Mit wahrscheinlich null Handlung. Aber da ist dann eher so komödiantisch alles mit am Start. Da kenne ich den so ein bisschen her. Und der ist ja wohl auch sehr bekannt dafür, dass er immer halt, ähm, die Martial-Arts-Szenen halt choreografiert. Und es ist so ein richtiges, ja, Schwergewicht, auch im Hongkong-Kino. Ähm, dann haben wir ja den Film jetzt, ähm, Regie geführt von Ceu Chiang. Und den kennen wir ja beide aus Limbo, ne? Den hatten wir, glaube ich, beide gesehen gehabt. Ja, Limbo ist ein absolutes Brett. Ich liebe den so sehr. Das ist so, du guckst den und danach würdest du einfach erstmal ein, Tag lang niemanden sehen, niemanden sprechen und bitte auch nicht angesprochen werden. Ähm, alleine wenn du ihn ohne Ton guckst, nur die Bilder, ist das schon, macht der dich schon fertig. Ähm, ganz, ganz, ganz fette Empfehlung auf jeden Fall. Und wie würdest du im Vergleich jetzt City of Darkness mit Limbo, irgendwelche Bezugspunkte, wo du es vergleichen könntest? Nö, also tatsächlich, tatsächlich nicht. Ähm, weil dieser Film, der unterscheidet sich, das ist Äpfel und Birnen, so, das ist einfach so. Weil hier hast du diese klassische Hongkong-Wuxia, wir fliegen auch mal ein bisschen durch die Luft und machen mega krasse, ähm, äh, mega krasse Sprünge. Hier diese ganzen Cable-Work-Sachen, dass die an irgendwelchen Seilen natürlich hängen, viel höher springen. Und die Wände nur leicht berühren und dann sieht's aus, als würden sie so ein bisschen durch die, durch die Luft fliegen und dann gibt's diese Spirit-Warrior, die wie auch immer voll krasse Sachen drauf haben und ihr Key kanalisieren und, also, so ein bisschen, ne, Tiger and Dragon mäßig. Das werden die meisten kennen, im Gegensatz zu den ganzen anderen Hongkong-Sachen, gerade auch aus den 80ern. Ähm, und Limbo ist einfach ein knallhartes Thriller-Brett. Ähm, und das ist der hier nicht. Der hier macht Spaß, von vorne bis hinten, hat unfassbare Kämpfe, unfassbare Choreografien, ja, und sieht toll aus, Limbo auch, klar. Limbo ist ja eher schon der, der dreckige ältere Bruder, der richtig hart durchgreift. Ja, absolut. Limbo ist im Endeffekt der, der in der Grundschule die Drogen vertickt, so. Ja, das kommt genau, das ist gut, das kommt hin. Der Film hier jetzt wird ja auch von einigen, gerade in unserer Bubble, so mit Kung-Fu-Hustle verglichen, gerade im Comedy-Part und das finde ich auch sehr passend, weil wie du schon erwähnt hast, du hast dieses Wirework, diese übernatürliche Komponente da drin, das ist auch der einzige. Stimmt, ich hab Cablework gesagt, ja, Wirework, hey, was ist denn bei mir los? Und bei Kung-Fu-Hustle, da war es dann aber auch manchmal so, da war es halt überlustig die ganze Zeit und da konnte ich mit diesen übernatürlichen Komponenten deutlich mehr anfangen. Wie du gesagt hast, hier diese Spirit Warriors, das ist der einzige Punkt wirklich, der einzige am ganzen Film, der mich so ein bisschen genervt hat, war halt, dass die dann so überkrass waren. Das hätte ich ein bisschen geerdeter gehabt, aber ansonsten ist das ein schöner Gangster-Film mit viel Comedy und wir sagen es, wie es ist, es gibt eigentlich nur auf die Fresse, die durchgehend, ein bisschen pathetisch wird es auch noch, aber das ist halt Hongkong-Kino und das ist, glaube ich, für alle Fans der 80er, 90er, ja, Hongkong-Kinowelle, die müssen da reingehen. Also da gibt es ja kein Partout oder sehe ich das falsch? Nee, absolut. Also ich überlege tatsächlich auch, ob ich mir den nochmal im Kino angucke, weil der macht, ach vielleicht kommt der auch gar nicht in meinem Kino. Manchmal, die lassen so solche Filme leider ab und zu mal aus. Aber absolut, das ist Nonplusultra-Empfehlung für jeden, der ein bisschen was mit Martial Arts anfangen kann, definitiv. Und der sieht dazu halt auch noch richtig geil aus. Also der ist ganz, ganz, ganz toll fotografiert von Cheng-Syu Kyoing, der nämlich Limbo auch gemacht hat als Kameramann und der sieht richtig, richtig, richtig gut aus und das sollte sich eigentlich jeder mal gönnen. Vielleicht auch die Leute, die damit keine Berührungspunkte haben, sich mal drauf einlassen, nur so als Empfehlung. Und du hast es ja auch schon gedacht, die Cologne City ist ja das ganze Set, das haben die ja nachgebaut lebensgroß. Ja. Jetzt habe ich gesehen, die haben auch schon wieder abgerissen. Ja, so wie das Original. Ja, aber wahrscheinlich gibt es auch aus Gründen, dass sich da nicht wieder auf eine Unterwelt reinsteckt. Das wäre so lustig. Bauen sie ein Set auf und dann nissen sich da einfach wieder irgendwelche Gangster ein. Das ist ja auch schon so ein Charakter mit in dem Ding. Weil sowas sieht man ja auch nicht so häufig in Filmen. Das ist ja so ein, ja, einfach mal ein Set oder halt eine Ortschaft, die hast du halt nicht in jedem dritten Film. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Filme, wo das mal drin vorkommt, aber so ein Film, der nur da drin spielt, überwiegend, sagen wir mal zu 90 Prozent, gibt es ja auch nicht so häufig. Wie fandest du das Set so an sich eigentlich, die ganze Umgebung? Richtig geil. Also das sah richtig gut aus. Und das Schöne ist halt, man sieht halt diese Liebe zum Detail, da steckt alles voll bis in die kleinste Ecke mit Details, dass es auch so authentisch wie möglich aussieht. Und es lohnt sich einfach. Also das Handwerk lohnt sich einfach. Klar, CGI ist auch eine Art von Kunst. Aber hier dieses ganze Set aufzubauen, war die absolut richtige Entscheidung. Das sah einfach ganz, 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 ganz toll aus. Jetzt hat sich Hongkong auch gedacht, was machen wir denn mit dem Film? Natürlich haben wir den jetzt auch offiziell für die Oscars, für den besten Off-Dention-Film eingereicht. Ich würde es feiern. Geil. Ich würde es richtig feiern. Ja. Wir wollen den Film ja auch nicht weiter in den Klee loben. Nur noch mit unseren Endfazits möchte ich jetzt gerne mal wissen, was ist dein Fazit zu, ich nenne den richtigen Titel, Twilight of the Warriors walled in? Also, man muss wissen, auf was man sich einlässt. Das ist einfach die Voraussetzung. Weil man sonst wahrscheinlich ein bisschen abgeschreckt wird über die Art des Kämpfens. Aber wie gesagt, dieses Wuxia, so spricht man es glaube ich aus, B-U-X-I-A, das ist einfach eine Art der Darstellung von Kämpfen, die man sonst nicht sieht. Außer natürlich Tarantino hat es ein bisschen gezeigt in Kill Bill. Da wird es gemacht, vor allem im Training, bei dem Meister trainiert und wenn die Crazy 88s kommen, da wird es gezeigt. Das ist so die Hommage und das Verbeugen an das Genre. Ja, und das ist von vorne bis hinten einfach wirklich, wirklich ein ganz, ganz großer Spaß. Ich weiß nicht, wie die Synchro ist. Das ist ja immer mal schwierig im asiatischsprachigen Raum, wenn es dann deutsch synchronisiert wird. Aber das findet ihr schon heraus. Ja, und ansonsten ist es eine absolute Mega-Empfehlung. Und ich bin auch ganz, ganz gespannt auf Twilight of the Warriors Dragon Throne. Das ist Teil 2, der in Planung ist. Und Teil 3, Twilight of the Warriors The Final Chapter. Weiß ich nicht, ob The Final Chapter tatsächlich schon der offizielle Titel ist. Und ich weiß jetzt auch so aus dem Stehgreifen nicht, wann die rauskommen. Aber da habe ich Bock drauf. Genauso wie den halt hier auf definitiv nochmal zu gucken. Für mich ist es so ein Kung-Fu-Hassle, trifft auf Heroic Bloodshed der Neuzeit, verpackt alles in so einem Atemraum-80s-Gangster-Setting. Und dann ist natürlich viel, viel auf die Fresse mit am Start. Die Action-Kurios sind richtig auf dem Outstanding-Level. Das macht halt alles richtig Spaß. So eine richtig schöne Klopperplatte. Und wir haben schon mehrfach erwähnt, die World City ist halt ein richtig geiles Setting. Leute, geht da rein. Am 28.11. in den deutschen Kinos. Das letzte Wort gehört gleich dir. Ich mache nochmal Werbung in eigener Sache für den Tete-Stammtisch. Denn auf tele-stammtisch.de gibt es alle unsere Podcasts mit anderen vielen netten Leuten und natürlich auch viel von uns. Dazu hin und wieder mal ein geiles Gewinnspiel. Aber wir haben jetzt auch einen Discord-Tannel. Der ist natürlich in den Show Notes auch verlinkt. Da kommt da mit rein. Da könnt ihr auch gerade über so eine Filme, die vielleicht nicht ganz so einen großen Kinostart dann auch haben, ein bisschen philosophieren und diskutieren. Und ja, liked uns überall, wo es Likes gibt. Habt Spaß, Daumen hoch, kommentieren. Ihr kennt die Schose. Ich sage schon mal Tschüss und Tildige Böhnen, die letzten Worte. Ja, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall sind wir schon richtig starke 106 Mitglieder auf dem Discord, was richtig viel ist. Und das macht Bock. Kommt vorbei und sagt uns, wie fantastisch wir sind. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tete-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.